Diepa, 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 dieai, macht euch hei. Sehr geehrte Damen und Herren, schon viele Reden wurden enthalten, schon viele Plaketten wurden enthüllt, noch nie wurde eine Plakette enthüllt, wie sie jetzt gerade hier enthüllt wurde, ohne dazu eine Rede zu halten. Deshalb wurde mir jetzt eine Rede vorbereitet. Moment. Das ist ein Appell an die Bevölkerung von Leipzig. Von Volkmausdorf. Auch von Volkmausdorf generell die Bevölkerung. Am 25. Mai wird in Leipzig gewählt. Das Schicksal der Arbeit und des Lebens im Allgemeinen entscheidet sich in Parlamentswahlen, im Kampf um die Macht. Alle Parteien, von den Sozialdemokraten bis zu den Neofaschisten, bis zu den Herrschaften der Kapitalisten, sind mit den Herrschaften der Kapitalisten einverstanden. Alle sind die Korruption. Alle, eine wie die andere. Haben sie werktätige Bevölkerung betrogen und ausgeblündet. Nur eine Partei kämpft nicht nur für Minister, Sessel und Staatsämter, sondern für die Befreiung aller Unterdrückten und Ausgebeuteten. Das ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Kurz, die Partei. In dem Rahmen wollen auch wir heute eine Gedenktarie enthüllen. Und wir wünschen uns von der Stadt, dass sie diese Tafel zu ernstig und denkwürdigen Anlass ist. Hier direkt unter die Tafel am Ziel. Die Partei. Die Partei. Die Partei. Die Partei. Das ist ja richtig. Bis demnach wirklich teil. Die Partei. Die Partei. Dass sie das direkt nach einer angewendeten Demonstration haben, zeigt mir, dass das alte Strasenkampfen genossen wird, die das Betreten des Rasens immer nur dann erlauben, wenn das Betreten des Rasens auch erlaubt ist.